Freitags gibt es bei uns auch immer Live-Musik hier. Heute kommt sie aus dem Kulturforum in Metzingen. Wir haben heute eine Ü60-Band an Bord. Sie nennen sich die Misty Guys. Unsere Reporterin Vivica Jungels ist mit dabei. Vivica, was für eine Musik machen denn die Misty Guys? Bist du schon so ein bisschen in Stimmung? Ich denke mal, man sieht es schon. Ich bin schon ein bisschen in Stimmung. Die Misty Guys machen Akustik-Rock. Und was das genau heißt und wie sich das genau anhört, das hören wir jetzt mal jetzt kommen. Die Misty Guys mit Without Love. Die Misty Guys mit Without Love Die Misty Guys mit Without Love. Ja, und nach den Nachrichten hören wir, wie es dazu kam, dass einer von den dreien Gitarren-Doktor ist. Und ja, wir erfahren noch ein bisschen mehr über die drei, unter anderem auch, warum sie sich neblige Jungs, also Misty Guys, nennen. Seid gespannt. Also, Vivica, vielen Dank bis hierhin. Wir freuen uns nachher noch mehr aus dem Kulturforum in Metzingen. Zu hören von den Misty Guys.